Für komplexe, geschachtelte Zustände, bei denen eine Subzustandsfolge definiert ist, gibt es auch eine Art Erinnerungsfunktion. Das heißt, wenn so ein komplexer, geschachtelter Zustand verlassen wird, merkt man sich den Subzustand, in dem man sich beim Verlassen befunden hat. Wenn man dann in diesen Zustand später wieder zurückkehrt, geht das System automatisch in diesen Subzustand. Dafür benötigen wir den sogenannten History-Zustand, der Gegenstand des folgenden Abschnitts ist. Komplexe Zustände haben üblicherweise eine Subzustandsfolge mit mehreren Subzuständen. Wenn ich nun den komplexen Zustand verlassen möchte, möchte ich mir unter Umständen jenen Subzustand merken, der als letztes aktiv war. Dann kann ich später, wenn ich in diesen komplexen Zustand zurückkehre, nicht nur in den komplexen Zustand, sondern auch in den letztens aktiven Subzustand wechseln. Dazu dienen eben History-Zustände. Wichtig ist auch noch, dass alle Entree-Aktivitäten dann auch ausgeführt werden. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Nehmen wir an, wir haben einen Geschirrspüler. Und ein Geschirrspüler hat den Zustand aktiv, während er spült. Und verschiedene nicht-aktive Zustände, sage ich jetzt einmal. Im aktiven Zustand wird das Spülprogramm abgearbeitet. Das hat vielleicht die Zustände Vorspülen, Hauptspülen mit Reinigungsmittel, Klarspülen und Trocknen. Und wenn ich mich im komplexen Zustand des Spülens befinde und ich öffne den Geschirrspüler, so bin ich automatisch inaktiv im Zustand. Wenn ich nun den Geschirrspüler wieder schließe, gehe ich automatisch in den aktiven Zustand über. Aber ich möchte nicht wieder vorne beim Vorspülen beginnen, sondern ich möchte an dieser Stelle wieder eintreten, wo der Geschirrspüler beim Öffnen war. Und dazu dient mir der History-Zustand. Habe ich beim Trocknen geöffnet, so soll er auch nachher wieder trocknen. Wir unterscheiden zwischen einem flachen History-Zustand und einem tiefen History-Zustand. Das hat damit zu tun, wie viele Ebenen ich mir merke. Wir wissen ja, wir können Subzustandsfolgen über mehrere Ebenen schachteln. Merke ich mir nur eine Ebene, so spreche ich von einem flachen History-Zustand. Merke ich es mir über alle Ebenen hinweg, so habe ich einen tiefen History-Zustand, den ich mit H-Stern angebe. Statt einem Stern kann ich auch eine Zahl schreiben, die mir angibt, über wie viele Ebenen ich mir die History-Zustände merken möchte. Also H5 würde dann für fünf Ebenen stehen. Am besten beleuchten wir das Eintreten in einen historischen Zustand anhand eines Beispiels. Dazu haben wir das folgende Zustandsdiagramm gegeben. Wir starten beim Startknoten und kommen zu Beginn in den Zustand S5. Zu Beginn sind wir in S5. Es tritt das Ereignis I1 ein. Dadurch folgen wir dieser Transition in den Subzustand S1. S1 ist ein Subzustand von S4, daher befinden wir uns in S4, in S1. Und innerhalb von S1 starten wir bei dieser Subzustandsfolge mit dem Sub-Subzustand S11. Wir befinden uns S4, S1 und S11. Wenn wir uns hier befinden und das Ereignis I2 tritt ein, so gelangen wir zum Sub-Subzustand S12. Das heißt, wir sind in S4, S1 und S12. Tritt nun das Ereignis I10 ein, so verlassen wir den kompletten Zustand S4 und gehen wieder in den Zustand S5 über. Das heißt, nach I10 befinden wir uns in S5. Nun tritt das Ereignis I9 ein, wodurch wir von S5 in den History-Zustand von S4 gehen. Hier handelt es sich um einen flachen History-Zustand. Das heißt, wir merken uns von S4 nur eine Schachtelungstiefe. Das heißt, wir merken uns nur, ob wir uns in S1 oder in S3 zuletzt befunden haben. Als wir das letzte Mal in S4 waren, waren wir in S1. Daher befinden wir uns in S4, in S1 und die zweite Schachtelungstiefe, wo wir in S12 waren, haben wir uns nicht gemerkt. Daher starten wir innerhalb von S1 wieder von vorne und wir befinden uns im Sub-Subzustand S11. Das heißt, am Ende befinden wir uns in S4, S1 und S11. Wir kommen zum zweiten Beispiel beim selben Zustandsdiagramm. Wir haben wieder die Folge Beginn E1 und E2, die wir schon kennengelernt haben. Danach waren wir in S4, S1 und S12. Wie zuvor passiert dann das Ereignis E10, wodurch wir in S5 kommen. Durch E10 kommen wir in S5. Während wir in S5 sind, kommt nun das Ereignis E8. Durch E8 gelangen wir wieder in einen Historie-Zustand. Jedoch handelt es sich jetzt um einen tiefen Historie-Zustand, gekennzeichnet durch diesen Stern. Das bedeutet, wir merken uns den letzten Subzustand von S4 über alle Schachtelungstiefen hinweg. Dementsprechend müssen wir nur nachsehen, wo waren wir zuletzt innerhalb von S4. Da waren wir jetzt in S4, S1, S12. Das heißt, wir merken uns jetzt hier auch die zweite Schachtelungsebene, dass wir da zuletzt in S12 waren. Dementsprechend befinden wir uns genau in diesem Subzustand. Wir kommen zur dritten Ereignisfolge für unser Zustandsdiagramm. Zu Beginn starten wir wieder über diese Transition in den Zustand S5. Das heißt, zu Beginn befinden wir uns in S5. Es tritt nun das Ereignis E9 ein, wo wir über diese Transition in den Historie-Zustand gelangen. Wir waren davor aber noch nicht in S4. Daher kann sich der Historie-Zustand noch nichts gemerkt haben. Für diesen Fall spezifiziert diese Transition die Abarbeitungsregel. Und diese Transition geht zur äußeren Kante von S4. Das bedeutet, wir starten regulär in S4. Dementsprechend sind wir in S4, innerhalb von S4, über diesen Startknoten in S1 und innerhalb von S1 über diesen Startknoten in S11. Das heißt, nach Eintretung von E9 gelangen wir über den Historie-Zustand in S4, S1 und S11. Das bedeutet auch, diese ausgehende Kante von einem Historie-Zustand wird nur verfolgt, wenn man zuvor noch nicht im S4-Zustand war. Ähnlich ist auch unsere letzte Ereignisfolge. Wir starten wieder zu Beginn in den Zustand S5. Zu Beginn sind wir in S5. Und in S5 tritt jetzt das Ereignis E8 auf und über diese Transition gelangen wir in den tiefen Historie-Zustand. Aber es ist wieder der Fall gegeben, dass wir davor noch nicht in S4 waren. Und für diesen Fall ist hier diese Transition spezifiziert, wodurch wir beim ersten Eintreten in den Historie-Zustand, ohne dass wir davor in S4 waren, wir in S3 kommen und innerhalb von S3 gehen wir über diesen Startknoten in den Sub-Zustand S3.1. Dementsprechend befinden wir uns über den tiefen Historie-Zustand in S4, S3 und S3.1. Als Praxisbeispiel für den Historie-Zustand wollen wir uns die akademische Ausbildung ansehen. Hierzu das folgende Zustandsdiagramm. Ich starte zunächst mit dem Zustand des aktiven Studiums. Üblicherweise studieren wir ja zuerst im Bachelor. Wenn wir unser Bachelor-Studium beenden, haben wir den Bachelor abgeschlossen. Danach muss man nicht weitermachen, aber man könnte sich dafür entscheiden, sich im Masterprogramm einzuschreiben. Dann führt man sein Masterstudium durch. Wenn man dieses beendet, hat man den Master-Degree abgeschlossen. Genauso wie vorher könnte ich mich dann noch entscheiden, dass ich ein PhD-Studium anschließe. Dann führt man sein PhD-Studium durch. Wenn man dieses beendet, hat man auch den PhD abgeschlossen und ist in Summe mit seinem Ausbildungsprogramm hier fertig. Im gesamten Zustandsdiagramm würde man sagen, wir beginnen und schreiben uns einmal grundsätzlich an einer Universität ein. Jedoch ist das Studium zuerst noch inaktiv. Erst nachdem man die Studiengebühren bezahlt, wechselt man in ein aktives Studienprogramm, das wir vorher genau erläutert haben. Beim ersten Eintritt in den History-Zustand war ich davor noch nie aktiv. Daher müssen wir sehen, wie denn der erste Eintritt erfolgt. Hier geht der Pfeil an die Kante des aktiven Studienprogramms und wir beginnen eben von vorne. Dann sind wir mal aktiv in unserem Studium. Es tritt dann der Fall ein eines neuen Semesters. Wenn das neue Semester läuft und wir haben unsere Studiengebühren bereits bezahlt, verlassen wir diesen Zustand gar nicht. Haben wir jedoch die Studiengebühren nicht bezahlt, so werden wir automatisch inaktiv. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Studiengebühren bezahlen. Und dann trete ich in den tiefen History-Zustand ein, damit ich auch in mein Stadium, wie weit ich ja schon im Studium war, eintreten kann und nicht wieder vorne beim Bachelor starten muss. Ich könnte mich jederzeit dazu entschließen, durch die Exmatrikulation die Universität zu verlassen. Das heißt, exmatrikuliere ich während eines aktiven Studiums, so ist der Endzustand erreicht. Oder auch hier ist das Studium inaktiv und ich exmatrikuliere, so gehe ich in den Endzustand über. Die dritte Möglichkeit, in den Endzustand zu kommen, wäre diese Transition. Kein Ereignis ist angegeben, das wäre sozusagen dann ein Completion-Event und der Completion-Event wäre hier erreicht. Nämlich, nachdem ich das Doktorat abgeschlossen habe und den entsprechenden Status habe, ist meine Ausbildung hier abgeschlossen und der Completion-Event ist erfüllt und der Endzustand ist erreicht. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass das Ganze natürlich abstrahiert ist, weil man könnte ja mehrere Studien betreiben. Man möchte sich vielleicht auch noch die Zustände der einzelnen Personen über die Jahre hinweg merken. Das ist durch dieses Beispiel nicht abgedeckt. Zum Abschluss kommen wir zum Konzept des Ein- bzw. Ausstiegspunkts. Beide Punkte stellen einen Kapselungsmechanismus zur Verfügung. Sie sind praktisch ein Interface zu einem Zustand. Sehen wir uns das am Beispiel an. Hier haben wir den Zustand S3 und wenn E2 eintritt, so gehe ich in S1, aber arbeite hier defaultmäßig ab, auch wenn das nicht angegeben ist. Ich kann aber S1 auch mitgeben, dass ich über das Ereignis E1 zu einem Einstiegspunkt EEP komme. Wie immer dann S1 damit umgeht. Ähnliches gilt für das Ausstiegsszenario. Hier habe ich eine Transition, die benötigt einen Completion Event. Das weiß ich auch von außen. In diesem Falle habe ich einen Ausstiegspunkt XP und wenn der Ausstiegspunkt XP wie auch immer erfüllt wird, gehe ich über diese Transition in S2. Das kann ich mir auch das Innenleben anzeigen, muss ich aber nicht kennen, wenn ich das Ganze spezifiziere. Und das Innenleben würde besagen, wenn der Einstiegspunkt EP erreicht wird, so wird Inhalt von S1 mit S1,2 gestartet und nicht defaultmäßig über S1,1. Und der Ausstiegspunkt XP wird nur erreicht, wenn ich mich hier im Subzustand S1,1 befinde und das Ereignis E3 tritt auf. Dann verfolge ich diese Transition. Aber außenstehend muss ich das Ganze nicht wissen. Abschließend noch ein Beispiel für den Ein- und Ausstiegspunkt. Dazu verwenden wir das bereits bekannte Beispiel des Prüfungsantritts. Dieses Diagramm haben wir gemeinsam bereits durchgemacht. Das heißt, es gibt die Zustände, dass man für eine Prüfung angemeldet ist, dass man noch nicht benotet ist und letztendlich, dass man negativ oder positiv bei der Prüfung ist. Wir könnten diese beiden Zustände auch in einem gemeinsamen Superzustand, nämlich benotet, graded, zusammenführen. Jetzt würde es mir auch noch gelingen, hier mit Ein- und Ausstiegspunkten zu arbeiten, indem ich nämlich hergehe und sage, wir definieren einen Einstiegspunkt für EP5, den wir erreichen, wenn der Notengrad gleich 5 ist, und den EPO-Einstiegspunkt für den Fall, dass der Notengrad kleiner als 5 ist. Dann könnte ich das Ganze so definieren. Dann weiß ich noch nicht, was positiv und was negativ ist. Das wird hinten im Zustand graded festgelegt. Das bedeutet, wenn ich über den Einstiegspunkt EPO eintrete, dann gehe ich in positiv. Und wenn ich über den Einstiegspunkt EP5 eintrete, so gehe ich in negativ. Flacher History-Zustand, tiefer History-Zustand sind beides für uns keine Fremdwörter mehr. Wir können das Konzept des History-Zustands richtig einsetzen. Jetzt haben wir aber damit auch alle Konzepte des Zustandsdiagramms näher kennengelernt. Wir sind also nun in der Lage, Zustandsfolgen von jeglichen Objekten genau zu modellieren. Wir sind nur im Grunde, aber wir sind nun in der Lage, Zustandsprognivität. Wir sind nur im arbitre, post und durchgelegt, wo wir ein sehr wichtiges Schilsteres zu nutzen. Wir können die Flacher-Zustand überflasen, dann kann ich schon mal mit eine Fremdwörter. Fremdwörter nicht mehr. Wenn ihr in einem Newellen auf den Öffn突然 vertrend macht, Vielen Dank.